Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Hendrik Schuster. Und heute werden wir nach gestern 10 Stickertüten, auch heute nochmal 10 Stickertüten aus dem WM 2018 Stickerdiscler öffnen. Dort sind jetzt schon 10 Tüten von dem Unboxing gestern raus, 15 Tüten die ich gerade geöffnet habe, sind dann schon 25 und dann noch 20 vom Unboxing gestern. Das heißt, es sind 45 raus, wir werden nochmal 10 öffnen, dann sind dann noch 25 drin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir nehmen erstmal diese Tüten, die tun wir auch schön nach unten, wo sie dann waren eigentlich im Display. Dann stelle ich die Box hier wieder so schön am Rand hin. Und dann haben wir hier unsere 10 Stickertüten, die lege ich wieder hier oben schön am Rand hin. Und mal gucken, gestern hatten wir ja aus 10 Stickertüten 5 Glitzersticker. Im 20 Tüten Unboxing hatte ich nur 4 oder 3 Glitzersticker. Und gerade hatte ich auch nur 3 oder 4 Glitzersticker. Ich lasse die Sticker jetzt so. Dann haben wir Trezuget. Die hatten wir glaube ich gestern auch schon. Base Sticker, die ich einfach hier hin. Oder damit man noch alles sieht. Dann haben wir Calvo. Von Costa Rica. Thiago von Spanien. Christiansen von Dänemark. Und Breel Mbolo. Breel Mbolo, Ehrenbruder, mein Lieblingsspieler von Schalke. Leute, der bleibt da stehen. Falls ich Mbolo doppelt habe, werde ich ihn in einen Sleeve packen und dann in meine Pinnwand hängen für meine Mbolo-Sammlung. Und natürlich möchte ich Sticker-Album voll bekommen. Dann haben wir Pineda, nee, Pinedo, dann haben wir Brozovic, Borges, Tarek Hamed und das Senegal-Mannschaftsfoto. Leute, wir haben Mbolo im Pack. Und ich sehe einen Glitzersticker, Leute. Ich sehe einen Glitzersticker auf der letzten Position. Dann haben wir Aziz Boudedous. Von Marokko. Der ja auch in der Zweitliga bei St. Pauli spielt. Der nächste Spieler, der in Deutschland spielt, Lukas Piszczek. Igor Akin-Feev. Für Russland, Jung-Wung-Jung. Oder Wung-Jung-Jung. Ach, ich kann diesen Namen immer nicht aussprechen. Von Südkorea. Und dann haben wir eins der Puzzleteile. Von, oh, der schlägt ein bisschen auf. Von den Teilen. Das heißt, wir haben den ersten Glitzersticker. Aus dem dritten Tütchen müsste es sein. Oder vierten. So, ich drehe ja immer nur hinten rum die Sticker um. So. Aber hinten rum halt, dass ich nicht die Sticker schon sehe. Giovanni Moreno. Dervison Sanchez. Kim Jung-Wung. Kim Jung-Wung. Aaron-Ingi-F-Traus. Und Christiano Ronaldo. Ehrenplätze für Mbolo und Cristiano Ronaldo. Aber letzter Sticker sieht mau in diesem Display irgendwie aus. Irgendwie hatte ich Ich hatte ja auch zehn Sklids. Zehn Glückstüten beim letzten Mal gezogen. Ahmed. Äh, Ahmed. Abel Mohem Fati. Ach, man das nervt. Enzo Perez. Gonzalo. Hik-Wain. Ki-Zung Jung. Und William Trost-E-Kong. Voll der geile Name irgendwie. Trost-E-Kong. Spielt ja in der Türkei. Oh, dann haben wir noch fünf Stickertüten. Macht dieser dann nur noch vier. Ist ja logisch. Drehen wir die mal hinten rum um, die Sticker. Dann haben wir Eunice Bell Handa. Roberto Fermino. Oder Ferminio. Dann das Stadion Ost-Kariniengrad. Das Bild sieht irgendwie künstlich aus, ob das Stadion noch nicht fertig wäre. Ist ja bei manchen auch noch nicht. Dann haben wir Moses Simon. Und Saman Goddus. Der spielt in Schweden bei Östersund. Hat letztes Jahr in FIFA auch ein paar Informs bekommen. Das weiß ich noch. Wird auch ein Man of the Match. Nach dieser Stikert sind noch drei. Und erst ein Glitzer-Sticker. Naja, jaja, naja. Wird knapp mit den Glitzer-Stickern. So. Dann haben wir Abdul Maik Al-Kariabi. Markus Berg, der spielt ja auch mittlerweile Irgendwie da in Arabien. Dan Kramaric. Gaber. Der ist von Basel zu Los Angeles. Gegen die Ibrahimovic schau geschossen hat. Und Leute, wir haben Ronaldo zweimal. Cristiano Ronaldo. Zweimal den Herrn Ronaldo. Also der Herr Ronaldo steht zum Tausch. Leute. Immer sind irgendwie die ersten beiden oder die letzten beiden umgedreht. Fällt mir auf. Michael Morillo. Oder Michael. Found Jeric. Andreas Cornelius. Ali Gaber. Ist der Bruder von dem anderen Gaber da. Und Oribe Peralta. Und dann noch zwei Tüten und nur ein Glitzer-Sticker. Das ist irgendwie immer mau. Ich weiß, Glitzer-Sticker sollen ja was Besonderes sein. Dass man sich darüber freuen soll. Aber so selten soll es auch nicht sein, damit man das Album nicht voll bekommt. Dann haben wir Casemiro. Oma Hafsavi. Hafsavi. Viktor. Nils Lindelöf. Oh, ein Sticker übersehen. Ähm. Abnur. Und Ovella. Leute, Leute. Beim letzten Unboxing-Krieg. Seht ihr? Sah es irgendwie besser aus am Ende. Heute. Ja, also das bleibt ein. Einzige Glitzer-Sticker kann ich euch schon mal verraten. Abdul Malk Al-Karab. Die haben wir schon wieder gezogen gerade. Verfahren. Carlos Vela. Oder Vela. Roddregis. Und Arnason. So, Leute. Das war's von dem kleinen Unboxing. Wir hatten ein Stadion. Ein Team-Portrait. Von Senegal. Ein Glitzer-Sticker. Dann hatten wir zweimal den Gronaldo. Und mein Lieblingsspieler Mbodo darf natürlich nicht fehlen obendrauf. So, Leute. Das war's vom Unboxing der WM-Sticker. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschüss und auf Wiedersehen. Und 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 Und